Hallo und herzlich willkommen. Wir widmen uns heute Ihren Fragen zum Thema Pandemie und Hygiene. Dafür haben wir uns kompetente Unterstützung eingeladen. Ich darf begrüßen Dennis Schäfer, Experte für den Bereich persönliche Schutzausrüstung und Vanessa Truback, Expertin für den Bereich Hygiene und Desinfektion. Herzlich willkommen. Moin. Hallo, moin. Dennis, viele der aktuellen Fragen rund um das Thema Pandemie fallen in deinen Verantwortungsbereich. Eine vielgestellte Frage ist zum Beispiel die richtige Schutzausrüstung. Was empfiehlt Träger als Hersteller? Also Vorschriften geben wir als Hersteller der persönlichen Schutzausrüstung nicht. Es gibt diverse Empfehlungen, wie zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut oder der Weltgesundheitsorganisation, die je nach Einsatzort unterscheiden. So hat man beim direkten Kontakt zum Beispiel eine Schutzbrille, einen Schutzanzug, einen Handschutz und eine FFP3 zu tragen. Bei einem indirekten Kontakt reicht oftmals eine FFP aus, die die Anwender bzw. Träger gut schützen. Das heißt, die persönliche Schutzausrüstung orientiert sich am Einsatzort. Welche Anwendungsfälle gibt es da konkret und inwiefern unterscheiden die sich? Also die direkte Unterscheidung ist einmal hohe Ansteckungsgefahr, direkter Kontakt bzw. indirekter Kontakt und niedrige Ansteckungsgefahr. Bei einer hohen Ansteckungsgefahr brauche ich einen hohen Schutzfaktor. Hier nutzen unsere Kunden die Schutzanzüge, Träger SPC 4400 oder auch hier das Gebläsefiltergerät, das Explore 8000. Und die bieten einen höheren Schutz und dementsprechend ein sicheres, komfortables Arbeiten. Bei einem indirekten Kontakt reicht, wie gesagt, eine FFP aus. Hier gibt es die Unterscheidung zum Beispiel bei einer FFP2 oder 3, die man dann da tragen kann. Du hast jetzt konkret die FFPs angesprochen. Was ist beim Gebrauch von FFPs zu beachten und wofür steht FFP überhaupt? FFP steht für Filtering Facepiece, zu deutsch Partikelfiltrierende Halbmaske. Die unterscheiden sich in dem Abscheidegrad. Also so wenig Leckage wie möglich ist die höchste Schutzklasse und die höchste Schutzklasse ist hier die FFP3. Also es gibt 1, 2 und 3. Farblich gekennzeichnet ja auch. Genau, hier rot 3, orange ist 2. Wichtig zu beachten beim Tragen ist, dass die Maske die Nase und den Mund komplett abdeckt. Außerdem muss sie dicht sitzen, damit sie ihre komplette Schutzwirkung entfalten kann. Und heutzutage sehen wir besonders diesen Einsatzort in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Pflegeheimen, aber auch in Arztpraxen. Gerade da sind FFPs ja in Pandemiezeiten häufig ein knappes Gut. Deswegen wird häufig versucht, FFPs mehrfach zu verwenden oder die gar aufzubereiten. Ist das empfehlenswert? Nein, FFPs sind nicht aufzubereiten. Das ist nicht empfohlen und wird auch von der zugrunde liegenden Norm nicht vorgesehen. Es sind Einwegprodukte. Also hier eine ganz klare Stellungnahme von Seiten des Herstellers. Vielen Dank. Eng mit dem Thema Pandemie verbunden ist natürlich das Thema Hygiene und Desinfektion. Vanessa, dafür bist du die Expertin. Welchen Stellenwert hat das Thema? Das Thema Hygiene hat einen wirklich sehr hohen Stellenwert. Das hatte es auch schon vor der Pandemiezeit. Diese hat das Ganze aber tatsächlich nochmal eine Stufe nach oben gehoben. Wir bei DREGA verfolgen da einen wirklich ganzheitlichen Ansatz. Also wir bieten Komplettlösung von der persönlichen Schutzausrüstung über die Werkstatt, in der diese aufbereitet wird, bis hin zum Reinigungs- und Desinfektionsmittel, was dafür verwendet wird. Wir fungieren da quasi als Komplettanbieter. Der Blick fürs große Ganze. Genau. Wir haben gehört, dass sich FFPs nicht aufbereiten lassen. Für mich stellt sich die Frage, was kann ich dann überhaupt aufbereiten und wie kann ich mir so eine Aufbereitung vorstellen? Pauschal kann man sagen, dass alles, was für den Mehrfachgebrauch vorgesehen ist, sich auch irgendwie aufbereiten lässt. Wir als Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung geben in der Regel in der Gebrauchsanweisung die manuelle Aufbereitung an. Das ist die Aufbereitung per Hand. Die meisten Produkte, die zur persönlichen Schutzausrüstung zählen, lassen sich mittlerweile auch maschinell sehr gut aufbereiten. Das liegt nämlich tatsächlich sehr hoch im Trend. Die meisten Gerätewarte wollen ihre Schutzausrüstung nicht mehr manuell aufbereiten. Hierbei sind vor allem die Parameter, die in der Gebrauchsanweisung beschrieben sind, zu beachten. Und das ist die Temperatur, bei der das Waschgut gewaschen werden darf. Die Einwirkzeit und die Konzentration der Chemie. Und hier ist wirklich darauf zu achten, nur die Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verwenden, die auch vom Hersteller empfohlen werden. Also hier auch eine Handvoll Einflussfaktoren, die in das Thema einspielen. Genau. Du hast den Trend zur maschinellen Reinigung angesprochen. Klingt für mich so ein bisschen plausibel, auch mit dem Trend aus dem Privatbereich hin zur Spülmaschine. Inwiefern ist das für Unternehmen attraktiv? Ja, man kann das tatsächlich ganz gut auch mit dem Privatbereich vergleichen. Für Unternehmen zählen dann natürlich eher Kostenfaktoren. Der wichtigste Faktor ist dennoch die Prozesssicherheit. Hiermit gewährleisten wir nämlich, dass es keine Materialschäden gibt, dass die Schutzausrüstung auch optimal sich wiederverwenden lässt und eben wirklich das Leben des Tragenden schützt. Die Prozesssicherheit kann gewährleistet werden in der Maschine, da immer die gleichen Parameter verwendet werden. Die Maschine läuft immer auf die gleiche Art und Weise. Außerdem brauche ich weniger Personal. Ich schalte die Maschine einmal an und dann kann das Personal, was die Maschine betreut, anderen Tätigkeiten nachgehen. Und außerdem verbraucht die Maschine etwas weniger Wasser und ist dadurch auf längere Zeit gesehen kostengünstiger und eben auch nachhaltiger. Also kann man sagen, dass die maschinelle Reinigung sicherer, effizienter und nachhaltiger ist. Vielen Dank. Ich danke euch für den spannenden Exkurs, Ihnen fürs Zuschauen und schauen Sie auch gern auf unserer Website für weitere spannende Themen vorbei.